Darfst du schon fahren? Nee, aber ich mach's einfach. Und das ist keine öffentliche Straße, also darf ich das. Und hinten auch noch welche? Die beiden Bullen, Maja. Die beiden fetten Säcke da? Mensch, kein Respekt hier. Los jetzt mal, hier. Das ist kein Sonntagsspatz hier. Ey, Freunde. Das ist echt dreist. Anna, kannst du mal aussteigen, aber pass auf, okay? Komm! Guck mal, wie dreist die sind, die blöden Viecher. Los! Anna, du brauchst keine Angst haben. Ja, da geht's lang.